Musik Sie leben um uns, fast überall. Sie leben auf uns, sie leben in uns. Man findet sie wirklich an allen Flecken. Sie ernähren sich genauso wie wir. Sie führen Beziehungen wie wir. Sie gehen Partnerschaften ein. Sie bekriegen sich. Sie sind uns sehr, 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 sehr ähnlich. Und doch haben wir sie lange für etwas völlig anderes gehalten. Ihr wisst schon, das Thema der heutigen Sendung Pilze. Und um uns ein bisschen näher diesem Mysterium Pilz zu nähern, gucken wir uns mal die Pilze in der Sammlung an. Gehen wir in die Botanik. Achtung, warum die Botanik? Wieso das? Hier ist der Karl, das ist der Botaniker im Naturkundemuseum. Hallo. Und ich zeige euch jetzt schon mal, wie das in der Sammlung aussieht. Ja, das ist alles ein bisschen beengt. Nicht gerade optimal, aber man mag es kaum glauben. Diese ganze Wand mit solchen Aufbewachungsboxen, die beinhaltet 5500 Individuen. Also 5500 Pilze sind hier in unserer Sammlung, also eine gewaltige Zahl. Und da haben wir jetzt schon mal ein paar rausgeholt und die gucken wir jetzt mal an. Karl, was sind das? Was sind das hier, diese Gläser? Das sind jetzt die Fruchtkörper von Pilzen. Ja. Und die wurden, weil wir früher die Möglichkeiten hatten, gefriergetrocknet. Allerdings ist die Verpackung nicht ganz luftdicht. Und unter den ungünstigen klimatischen Bedingungen unseres Museums sieht man also, dass auch die teilweise eben aufquellen und zusammenziehen und dadurch so leichte Schrumpelungserscheinungen entstehen. Aber trotzdem kann man die Fruchtkörper noch sehr gut sehen. Ja, das sieht man schon wirklich sehr gut. Und das nennt man Exikate, ne? Das sind Pilzexikate? Das Lufttrocknen nennt man Exikate. Alles klar. Und was wir hier sehen, das ist aber wirklich nur das, was an die Oberfläche kommt. Das sind nur quasi die Vermehrungsorgane, die Reproduktionsorgane der Pilze. Das sind die Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz, der eigentliche Organismus, der ist selten zu sehen. Der ist in der Erde. Die Fruchtkörper sind eben das Einzige, worüber sie ihre Verbreitungsorgane, die sogenannten Sporen, ausbilden können. Früher wurden Pilze zu den Pflanzen gezählt. Einfach nur aus dem Grund, weil sie sich nicht bewegen oder scheinbar nicht bewegen. Man glaubte das damals. Und sie haben tatsächlich einige Merkmale von Pflanzen. Das kennst du ein paar. Was ist das zum Beispiel? Ganz wichtig ist, dass sie zum Beispiel Zellwände ausbilden können. Aber sie verdauen eigentlich mehr wie Tiere. Und sie haben Vakuolen, ne? Sie haben Vakuolen. Wie Pflanzen. Wie Pflanzen. Aber sie können sich auch teilweise bewegen wie Tiere. Früher hat man eben sie den Pflanzen zugeordnet. Deshalb haben wir sie auch in der Botanik. Nach dem Motto, Pilze können nicht weglaufen. Aber die Schleimpilze, was die sich bewegen können und weglaufen können, laufen als Amöben im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu sollte man aber auch wissen, dass gerade die Schleimpilze laut aktueller Forschung wieder eine ganz eigene Gruppe sind. Also auch nochmal von den Pilzen abgetrennt wurden. Da reden wir später nochmal drüber in einer weiteren Sendung. Hier ist aber wichtig, Pilze haben kein Chlorophyll, wie Pflanzen es haben. Können also auch kein Zucker bilden. Lieben aber Zucker, genau wie wir. Sie können aber, um ihre Struktur aufzubauen, um eine stabile Zellstruktur aufzubauen, Chitin bilden. Genau wie Tiere, also wie das Insekten letzten Endes auch machen. Man sieht also, es ist wirklich eine Mixtur aus beiden Reichen, sozusagen. Und deswegen sagt man auch, Pilze bilden ein ganz eigenständiges Reich. Alle Organismen brauchen Kohlenhydrate, um letztendlich Energie über die Mitterhontien zu produzieren. Und der Pilz muss es sich eben von anderen klauen. Und teilweise lebt er deshalb mit anderen Organismen in Symbiose, wie zum Beispiel mit vielen Pflanzen, Gehölzen, in denen er ihnen Nährstoffe im Boden aufschließt und Wasser verfügbarer macht, als es die Wurzeln alleine könnten. Ein solches Beispiel für eine so spezifische Zusammenarbeit zwischen Baum und Pilz ist die Rotkappe. Die Rotkappe ist in der Regel unter Birken zu finden. Also findet dort eine Symbiose, eine Mykorrhiza mit Birken statt. Das machen im Übrigen auch Birkenpilze. Auf der anderen Seite bekommt er von den Pflanzen dafür eben Kohlenhydrate, Zucker. Aber Pilze können auch als Parasiten auftreten und Pflanzen verschlingen. Sie zersetzen Holz. Sie sind die wichtigsten Holzzersetzer in unserem Ökosystem. Und sie können auch tierisches Material gut verwerten. Schimmelpilze zum Beispiel. Ganz wesentliche Unterschiede zu den Tieren bestehen darin, dass sie eine Zellwende haben, genau wie Pflanzen, und sogenannte Vakuolen. Das sind Speicherorgane, wie sie auch Pflanzen haben, um Energie zu speichern letzten Endes. Darüber hinaus haben sie aber entgegen Pflanzen keine Organelle oder keine Plastiden, das heißt kein Chlorophyll. Sie können also auch keine Photosynthese betreiben. Und außerdem enthält die Zellwand der meisten Pilze Chitin. Chitin haben nun wieder nur Tiere, also Insekten, um das Exoskelett aufzubauen. Pilzen fehlt darüber hinaus das charakteristische Polysaccharide Zellulose, also auch einen Zucker, wie ihn Pflanzen haben. Um die organischen Stoffe aufzuspalten, also zu verdauen, benötigen sie Enzyme, genau wie Tiere. Speichern werden sie diese energiereichen Stoffe in Form von Glykogen. Das ist eine Art Zucker, der letztendlich die Speicherform von Traubenzucker darstellt, genau wie bei Tieren. Pflanzen hingegen bilden Stärke als Speichermedium. Unterm Strich beweisen diese Facts eben, Pilze sind etwas ganz Eigenständiges. Es gibt also Tiere, Pflanzen und Pilze. So Karl, wir würden jetzt gerne mal in den Wald gehen und wollen uns mal dieses Pilzgeflecht, dieses Mycel, diese Hüfen mal anschauen. Wir sind da mal wirklich auf der Suche. Die Frage ist jetzt, kann ich den Pilz anfassen? Man sagt ja immer wieder, Pilze sind giftig, da muss man wirklich Obacht geben. Hast du da irgendwie eine Regel oder woran muss ich mich halten? Also Pilze kann ich erstmal immer anfassen. Aber man muss wirklich aufpassen, die Mehrzahl der Pilze ist giftig und sogar manche Pilze, die essbar sind, sind aber rohgiftig. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, bei Pilzgerichten die Pilze gut durchzugaren. Und man muss auch eins berücksichtigen, Pilze nehmen sehr gut Giftstoffe aus der Natur, Schwermetalle, radioaktive Nukleide auf. Und auch da ist es also auch wichtig immer, wo habe ich die Pilze gesammelt? Hoffentlich nicht gerade in der Nähe einer ehemaligen Deponie. Okay. Und gibt es da irgendwie eine Eselsbrücke? Ach, es gibt viele Eselsbrücken. Aber ganz wichtig ist, man muss wissen, welcher Pilz gut ist und welcher nicht. Und deshalb gibt es extra von der DGFM, der Gesellschaft für Mykologie, Pilz-Sachverständige, die geprüft sind. Und nur die können einem sicher sagen, was essbar ist oder nicht. Es gibt leider immer wieder Vergiftungen. Aber es gibt auch ein paar schöne Sprüche. Zum Beispiel die sehr ähnlichen Morscheln und Lorscheln, wo nicht nur der Name, sondern auch die Form des Fruchtkörpers sehr ähnlich ist. Da sagt man, Morscheln mit M wie Magen kann jeder gut vertragen. Lorscheln mit L wie Luther sind ein gefährlicher Bruder. Das ist doch mal eine Eselsbrücke, die kann sich jeder merken. So, dann heißt es ab, raus in den Wald. Für die heutige Sendung haben wir uns mal wieder in den Leipziger Auwald begeben. Und man hört schon, hier ist richtig was los. Die Vögel zwitschern, da wird kommuniziert ohne Ende. Pilze hingegen sind eher leise. Heißt aber nicht, dass sie nicht kommunizieren würden. Ganz allgemein muss man sagen, Pilze gibt es schon ziemlich lange. Vor etwa 800 Millionen Jahren haben sie sich von den Entwicklungslinien der Tiere und Pflanzen abgespalten. Und dann, vor 400 Millionen Jahren, sind sie dann gemeinsam mit den Pflanzen quasi an Land gekommen. Und das zeigt sich auch in einer ganz interessanten Partnerschaft. Wir haben ja Pilze in der Regel, wenn wir sie sehen, als Fruchtkörper, als Pilze, die man auch essen kann. Aber der eigentliche Pilz ist im Boden. Und in diesem Boden, dieses Geflecht, dieses Mycel, hat eine ganz besondere Eigenschaft und ist ein Kommunikationsorgan und ein Verbindungsglied zu den Pflanzen. Und in diesem Boden, dieses Geflecht, dieses Mycel, hat eine ganz besondere Eigenschaft und ist ein Kommunikationsorgan und ein Verbindungsglied zu den Pflanzen. Und dieses gemeinsame Erscheinen von Pflanzen und Pilzen vor 400 Millionen Jahren zeigt das. Diese Partnerschaft existiert schon sehr, 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 sehr lange und hat unglaubliche Ergebnisse erbracht. Wir nennen das Ganze, diese Symbiose, also diese Zusammenarbeit von Pflanze und Pilz, Mykorrhiza. Wir haben den eigentlichen Pilzkörper im Boden, sogenannter Talus. Und diese Hüfen, diese Fäden, die laufen hier überall im Waldboden, gehen bis 1,80 Meter in die Tiefe. Und der Witz ist, oder das Interessante ist, dass sie sich mit den Pflanzen verbinden, dass sie die Wurzeln berühren, erobern, durchdringen, umschließen. Und auf diese Art und Weise ein Netzwerk gebildet wird. Ein regelrechtes Kommunikationsnetzwerk. Das Pilzmycel, also der eigentliche Pilzkörper, ist an sich schon schwer zu sehen. Im Moment ist es aber relativ trocken. Insofern zieht sich auch dieses Pilzmycel eher zurück, beziehungsweise es schrumpft. Wenn es Herbst ist, wenn es feucht ist, dann quillt es wieder auf. Dann tritt es teilweise auch an die Oberfläche und man sieht es als feines, weißes Pilzgeflecht an den Wurzeln, zum Teil auch an verrotteten Baumstängen. Dann kommt es wirklich an die Oberfläche. Solange die Beziehung zwischen Pflanze und Pilz funktioniert, sind die Pilze auch ganz cool. Aber wie in jeder guten Beziehung gibt es da auch mal Stress. Das heißt, solange es Zucker gibt, sind die Pilze friedlich. Sobald der Zuckernachschub aber erlischt, werden die Pilze ein bisschen zickig und spalten dann die Zellulose in den Pflanzen auf. So lange, bis wieder Zucker kommt und dann sind sie wieder friedlich. Andererseits versorgen Pilze Bäume, wie gesagt, auch mit Stickstoff und Phosphor und erhalten im Gegenzug von den Bäumen Kohlenhydrate. Da sie die ja nicht selber bilden können, aber brauchen zum Leben. Pilze stehen also genauso auf Zucker wie wir. Wissenschaftlich beschrieben sind heute etwa 100.000 Pilzarten. Man geht aber davon aus, dass es 1,5 Millionen gibt. Pilze können Mehrzeller sein, es können Einzeller sein. Pilze können als Schmarotzer leben. Sie leben in unserem Körper, in unserem Darm, helfen Dinge zu zersetzen, quasi vor allen Dingen Holz zu zersetzen. Sie sind Destruenten und als Zersetzer sogar die wichtigsten überhaupt auf dem Planeten. Sie sorgen dafür, dass all die organische Substanz wieder dem Nährstoff- und Stoffkreislauf zugeführt wird, dass andere Lebewesen dies verwerten können. Das macht sie zu unglaublich wichtigen Organismen. Sie können Parasiten sein und wie gesagt, sie leben beinahe überall. Als Parasiten oder Schmarotzer befallen sie hingegen alle möglichen Pflanzen, aber auch den Menschen. Wir kennen zum Beispiel den Nagelpilz, der Menschen befallen kann. Bei Pflanzen sieht man aber auch so sonderbare Strukturen wie Hexenbesen oder Kräuselblätter. Das heißt, dass sie Blätter befallen und dann die Struktur verändern. All das können Pilze. Eine sehr viel drastische Interaktion begehen Pilze mit Tieren. Sogenannte Schmarotzerpilze sind in der Lage, das Verhalten ihrer Würztiere zu verändern. Der Schmarotzerpilz Ophiocordyceps zum Beispiel ist in der Lage, in Rossameisen hineinzuwachsen. Das heißt, diese Rossameisen nehmen die Sporen des Pilzes auf und diese Sporen wachsen dann im Gehirn der Ameisen aus und beeinflussen sein Verhalten. Diese Ameisen werden dann sich an eine spezielle Pflanze nähern und dort in die Blätter verbeißen. Und in diesen Blättern wächst dann, oder in diese Blätter hinein wächst der Pilz und kann sich wieder vermehren. Das heißt, aus dem Kopf der Ameise, die sich in das Blatt verbissen hat, wächst dann der Pilz heraus, der Fruchtkörper und kann wieder Sporen aussenden, die dann wiederum von anderen Rossameisen aufgenommen werden. Das ist schon ein bisschen gruselig. Vor etwa 40 bis 50 Millionen Jahren lebten solche Ameisen auch in den tropisch-subtropischen Wäldern in Deutschland. Damals im Eozeen fanden sie sich in den Wäldern und diese Art von Schmarotzertum fand auch hier statt. Woher wissen wir das? Wir wissen das aus fossilen Hinterlassenschaften der sogenannten Grube Messel, der Messelfauna. Aber nicht nur Insekten können von solchen schmarotzenden Pilzen heimgesucht werden. Batrachochhydrium, ein schmarotzender Pilz, befällt unter anderem die Haut von Amphibien und ist weitestgehend für das bekannte Amphibiensterben verantwortlich. Die Sporen von Batrachochhydrium sind im Wasser, quasi in den Tümpeln und Teichen. Und wenn die Amphibien da durchschwimmen, auftauchen, werden die Sporen die Haut benetzen und dann dort letzten Endes auswachsen. Der Pilz wächst und konsumiert letzten Endes die Haut der Amphibien. Hier an dieser Rinde sieht man zum Beispiel so ein etwas älteres Mycel, das schon ein bisschen ausgetrocknet ist. Man muss sich aber nur mal vorstellen, dass in einem Quadratzentimeter Waldboden ein Geflecht aus Pilzhüfen, aus Mycel vorhanden ist, das aneinandergereiht tausend Meter lang ist. Auf einem Quadratzentimeter, tausend Meter lang. Ein einzelner Pilzkörper kann dabei auf einem Hektar Fläche eine Strecke, also wenn man die einzelnen Fäden aneinanderreihen würde, von mehreren Milliarden Metern erreichen. Das muss man sich mal überlegen, das ist Wahnsinn. Also ein solches Netzwerk, ein solches Schaltwerk, ein solches Computernetz gibt es in unserer technologischen Welt nicht. Da ist uns dieser Organismus weit überlegen. Und das ist genau das Wood Wide Web, von dem ich rede. Hm, hier nicht. Mann. Kein Netz. Ich habe einfach kein Netz, das gibt es doch nicht. 21. Jahrhundert. Internet. Nicht verfügbar. Das ist aber ein gutes Thema. Wir wollen ja jetzt über das Wood Wide Web uns ein bisschen unterhalten. Und ich möchte es euch vorstellen, was Pilze an Kommunikation mit Pflanzen leisten können. Und das klären wir jetzt. Die haben nämlich immer auch verpistet. Und dieses Wood Wide Web, dieses Kommunikationsorgan, dieses Internet des Waldes, kann viel mehr als das Internet der Menschen. Viel mehr. Um diese organischen Substanzen, wie etwa Holz oder alle möglichen Pflanzenreste abzubauen, das hatten wir schon erzählt, brauchen Pilze natürlich Enzyme. So wie wir Menschen letztendlich auch. Organische Materie spalten sie über Enzyme auf. Und sie tun das auf eine ähnliche Art und Weise wie wir. In unserem Darm, durch die Darmzotten, haben wir eine extreme Vergrößerung der Oberfläche. Und Pilze nutzen dafür ihr Mycel, ihre Hüfen. Auch da diese extreme Vergrößerung der Oberfläche. Wie sie das aber für die Kommunikation nutzen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wie gesagt, diese Pilzhöfen, die wachsen oder verwachsen mit den Wurzeln von Bäumen, von Pflanzen, mit Orchideen und so weiter. Und gehen eine ganz wundervolle Verknüpfung ein. Dabei können sie in die Wurzeln reinwachsen. Und das nennt sich Endomykoryza. Also verwachsen richtig mit den Baumwurzeln. Größere Pilze, wie zum Beispiel auch die Ständerpilze, die wir kennen, wie Steinpilz und so weiter, die bilden eher ein Ektomykoryza. Das heißt, sie umkleiden das Wurzelgeflecht der Bäume. Durch diese enorm vergrößerte Oberfläche und dieses Netzwerk sind sie in der Lage, zum einen Informationen zu transportieren. Und das geht so weit, dass Bäume miteinander sprechen können über den Übersetzer. Und der Übersetzer sind diese Pilze. Das heißt, wenn beispielsweise ein Baum von einem Insekt angegriffen wird, Wenn also ein Rüsselkäfer versucht, einen Baum anzuzapfen oder Läuse versuchen, Blätter anzuzapfen, dann kann diese Pflanze ein Signal weitergeben über die Pilze an andere Pflanzen und kann sagen, Hilfe, ich werde angegriffen. Ich warne euch davor, unternehmt etwas. Und das funktioniert. Und das geht noch viel weiter. Es geht auch so weit, dass, wenn gewisse Mangelsituationen herrschen an Nährstoffen, vor allen Dingen an Phosphor und Stickstoff, dass ein Baum sagen kann, da fehlt mir etwas. Und tatsächlich der Pilz dann diese Stoffe zur Verfügung stellen kann. Also die Verfügbarkeit von Stoffen und Stofftransport über dieses Wood-White-Web erreicht Dimensionen. Das hätten wir gerne. Dieses Mycorrhizal-System hat aber noch vielfältige Funktionen in anderer Hinsicht. Da Pilze beispielsweise Schwermetalle und radioaktive Substanzen binden können, schützen sie auch das Wurzelwerk der Pflanzen. Auch das ist eine wundervolle Zusammenarbeit. Im Gegenzug erhalten sie wieder Zucker. Zu diesem Stofftransport über das Wood-White-Web mal ein paar Beispiele. Douglas-Tannen, also Douglasien beispielsweise, können über das Wood-White-Web Kohlenstoff, also Kohlenhydrate, an Birken weiterleiten. Super spannend. Diese aus Pilzmyzel und Pflanzenwurzel, letzten Endes herauskommende Superwurzel, erschließt quasi alle Nährstoffe, die hier vorkommen und macht sie verfügbar. Schafft ein Transportsystem. Und dabei ist es so, dass die Pilze sich in der Regel den Partner aussuchen. Auch mehrere Partner haben können. Das heißt, ein Pilz sucht sich eine spezielle Pflanzenart, einen speziellen Baum. Kann aber auch eine völlig andere Art Baum anzapfen und mit dem kommunizieren. Und wie gesagt, diese vergrößerte Oberfläche schaffen. Der Baum akzeptiert dann letzten Endes diese Partnerschaft. Dass die Pilze sich ihren Partner aussuchen, ist aber auch nicht immer so. Es gibt beispielsweise Pflanzen, die über Phytohormone, also eine Art Parfum, das Parfum des Pflanzenreiches, Pilze anlocken, damit diese ein Mykorrhiza-System ausbilden. Im Grunde genommen läuft hier ganz klar das Prinzip wie in einem Kleinanzeigenmarkt. Wer hat was, wer braucht was. Alle werden zufrieden sein. Also das ist wie ein gewaltiger, riesiger Organismus mit hoher Intelligenz, der hochsensitiv ist und wo man auch sagen kann, der hat sicher auch Gefühle. Das heißt, im Grunde genommen müsste man unser Verständnis von Pflanzen auch überdenken. Pflanzen können etwas empfinden. Das heißt, sie werden sehr, sehr stark äußern, wenn sie verletzt sind, wenn sie wenig Nährstoffe bekommen, wenn sie einen Wassermangel erleiden. Dann kommunizieren sie das, dann schreien sie auf, dann sprechen sie miteinander. Dann gibt es da Hilferufe, die letzten Endes auch über das Pilzmythel, über das Mykorrhiza verbreitet wird. Man sieht also, so harmonisch, wie es hier erscheint, ist es dann doch nicht. Natur heißt Kampf. Ein beständiger Kampf ums Überleben. Da werden Partnerschaften gebildet, es gibt Koalitionen, man arbeitet zusammen, man arbeitet gegeneinander, verbündet, verbrüdert sich. Es ist also immer was los im Tier- und Pflanzenreich dieses Planeten. So, haben wir alles? Na, das war ja mal wieder eine interessante Sendung über das Reich der Pilze. Da haben wir wirklich viel gelernt, was Pilze alles können. Dass sie auf und in uns leben, als Schmarotzer in Pflanzen, um Pflanzen herum, dass sie aber auch mit Pflanzen Gemeinschaften eingehen, Symbiosen, dass sie riesige Netzwerke bilden und so weiter und so fort. Dass sie Insekten befallen können, also auch da als Parasiten wirken, dass sie mit Lebewesen aller Arten kommunizieren und interagieren. Hier im Wald, im Boden, über überall. Was man aber auch nicht vergessen sollte, ist, dass Pilze auch für uns einen unglaublichen Nutzen haben. Schauen wir einfach mal hier auf dieses Brettchen, da sehen wir Käse zum Beispiel, Cormonbeer oder Brie oder Blauschimmelkäse. Das sind alles Dinge, die über Pilze produziert werden. Es gibt also einzellige Pilze, wie Hefepilze oder diese Schimmelpilzkulturen, die uns helfen, Nahrungsmittel haltbar zu machen oder genießbar zu machen. Die wir aber auch nutzen können, um beispielsweise Antibiotika zu produzieren. Penicillium ist ein solcher Schimmelpilz. Also Schimmelpilze sind nicht immer schlecht. Wir können sie sehr gut nutzen. Ebenso die einzelligen Pilze, Hefen, Hefepilze, die helfen uns, um Brot zu backen, Brot zu produzieren oder Bier, Wein. Solche Lebensmittel können nur geschaffen werden mit der Hilfe von Pilzen. Also, ihr seht, Pilze sind ein unglaublich vielfältiges Thema. Da kann man noch so viel mehr erzählen. Pilze können aktiv auf die Jagd gehen, nur als ein weiteres Beispiel. Ich empfehle euch einfach mal, schaut euch mal unser PDF an. Wir werden euch ein PDF zur Verfügung stellen, wo wir all die wichtigsten Informationen mal zusammenstellen. Das könnt ihr euch runterladen und dann mal wirklich noch ein bisschen tiefer in die wundervolle Welt der Pilze einsteigen. So, und bevor ich jetzt dieses leckere Stückchen Käse hier verspeise mit einem frischen Brot, vergesst nicht, eure Kommentare zu hinterlassen. Sagt uns, was hat euch gefallen, was erwartet ihr vielleicht auch in Zukunft. Löchert uns mit neuen Themen, mit Fragen. Helft uns, immer besser zu werden. Bleibt uns treu. Und was ich natürlich nicht vergessen darf, bleibt immer schön neugierig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020